Hallo und herzlich willkommen. Wir zocken mal wieder eine Runde LS. Diesmal ohne Jonas. Genau, diesmal ohne Jonas. Der hat sich nämlich unglücklicherweise den Arm gebrochen. Wir haben ihn gewarnt. Genau, wir haben ihn gewarnt, aber er wollte nicht auf uns hören. Deswegen haben wir ihn den Arm gebrochen. Nein, ähm... Fast. Ja, das habe ich auch gerade nicht so verstanden. Moment, ich mache auf jeden Fall mal ein bisschen schneller, weil jetzt können wir ja das alles wieder... Ja, was wollen wir immer? Ich würde sagen... Normal, so. Ich mache mal alles wieder auf normal. Okay. Genau, ich würde sagen, wir machen irgendwas. Es ist so still ohne Jonas, muss ich sagen. Ich weiß ja auch nicht. Irgendwie langweilig. Ja, okay, nächstes Mal kommt wieder eine Aufnahme mit Jonas. Genau. Da wird er dann wieder dabei sein. Und wenn nicht, dann schlagen wir ihn, weil sein Arm immer noch gebrochen ist. Hoppala. Ach, so. Immer schön auf den Arm. Hier ist ja auf E einsteigen. Ich bin jetzt an GTA gewöhnt. Da war auf F einsteigen. Ach, du Vollpfosten. Probierst schnell, ne? Halt, stopp. Ach, nee, geseht ist ja schon, ne? Ja. Ach, dann stimmt. Da war ja was. Ach so, warte mal. Kommst du immer aufs... What the fuck, Mike? Achtung. So, wenn man Steuerknau vielleicht mal aufhören. Ich glaube, das mache ich jetzt. Ich weiß ja nicht. Du wolltest ja nochmal irgendwann nachgucken, wie das geht, wegen... Äh, ja, hier und so, ne? Nee, ja, das muss ich immer nachgucken. Ja, das machen wir dann irgendwann noch. Also wie das geht mit dem gleichzeitig düngen. Auf jeden Fall könnten wir ja heute mal gucken, was wir, äh, eventuell mit Eiern oder Schafen oder sowas machen. Ich würde vielleicht mal ganz... Guck mal, was kosten dieses kleine Mähwerk? Warte, ich guck's selber. Okay. Ich glaube 8000 oder so, ne? Wieso willst du denn ein kleines Mähwerk haben? Dann können wir vielleicht Kühe und dann schaffen. Ach so, ähm, wir könnten uns natürlich einen Profi-Hopper kaufen. Ich weiß nicht, ob das so... Wir brauchen ja theoretisch nur ein Mähwerk für vorne und einen Ladewagen. Stimmt. Könnten wir ja eigentlich mal gucken. Ich find's nur... Ah, hier, Mähwerk, ja. Das kostet 8.840 Euro, das für vorne dran, das Mähwerk. Und ein kleiner Ladewagen. Ja, 90.000. Bisschen teurer. Wir könnten natürlich auch das für hinten holen. Da musst du aber zweimal fahren. Oder wir holen uns einfach gleich diese beiden. Also das, äh, für vorne und das Doppelte. Also das hinten doppelt, ne? Wenn du weißt, was ich meine. Ich glaub, das ist ein bisschen teuer, oder? Ich weiß nicht, ich kann ja mal kurz gucken. Lass uns erstmal nur einen Wart... äh, einen Ladewagen. Und das Mähwerk für vorne holen. Dann können wir nämlich einmal abfahren. Ähm, ich weiß nicht. Wir können jetzt noch... Also wir haben noch, ähm, 55.000 Kredit aufgenommen. Also können wir noch ein bisschen was aufnehmen. Ja, dann nehmen wir das auf und kauf das kleine Mähwerk für vorne. Oder das gleich für hinten und für vorne. Und... Ja, da musst du aber noch ein Schwader kaufen. Sonst wird das ein bisschen schwierig mit dem Aufsammeln. Okay, Moment. Und Ladewagen. Und dann müssen wir vielleicht noch ein paar Kühe kaufen. Ach, jetzt nervt mich... Moment, ich stell das mal irgendwie um. Warte, tut mir jetzt gerade leid. Aber irgendwie, äh, nervt mich das mit diesem No Whisper Target Found. Läuft, warum stehe ich jetzt wieder hier? Ähm, ähm, ähm... Null. Egal. So. Einfach. Geht's jetzt? Ach so, wir müssen dann auch noch Fett kaufen da hinten irgendwo, ne? Könnten wir tun. Sonst lohnt sich das ja gar nicht. So, ich hab jetzt einfach mal gekauft. Müssen wir halt noch gucken, mit welchem, äh, Dingens wir das machen. Wir können das ja theoretisch mit dem gelben machen. Ja, was hast du jetzt ge... Ach so, das Mähwerk muss mit dem gelben machen, das geht nicht anders. Ja. Willst du das holen, oder wie? Dann gucke ich nochmal. Wir brauchen ja auch noch einen Sammel... äh, einen Ladewagen. Ja. Kauf den Kleinen noch einen Schwader. Oder denkst du, wir brauchen keinen Schwader. Ja, doch, sonst wird scheiße. Äl, äl, äl. Beide Mähwerke für so hinten und für vorne gekauft. Ja, der kleine Ladewagen kostet 90.000. Ja. Und ein Feld bräuchte man vielleicht noch. Mh, ach du Scheiße. Weiß ja auch nicht, aber es hängt ganz schön, kann das sein? Ich weiß nicht, bei mir nicht. Hehehe. Ob man im Internet immer noch so... Hm, der, der, der Profi-Hopper, der bringt ja wirklich nicht viel. Würde ich jetzt so... Ja, weil er auch nur 10 Gramm fährt. Ja, genau. Ich weiß nicht, irgendwie leckt das bei mir mit TeamSpeak immer so ein bisschen. Ich hab jetzt nur KM verstanden. Komischerweise, aber egal. Äh, ja, 90.000 brauchen wir. Moment. Dann. Äh, los. Ja, es hängt ein wenig. Mal, hier, mal da. Ich weiß auch nicht, was das gerade ist. Okay, mehr können wir jetzt nicht leihen. Ähm, hast du schon... Moment, ich mach jetzt einfach mal... Feld geguckt? Warte mal, Feld ist... Hoppala, im Wachstum? Ne, ich meine, ähm... Ach so, ähm... Wiese kaufen. Moment, ich mach jetzt einfach mal ganz schnell und Feldwachstum auch schnell. Müssen wir halt drauf achten, ne? Weil dann können wir jetzt hier nämlich sehr schnell wieder ernten. Äh, ja, Wiese kaufen, scheiße. Müssen wir ja auch noch... Nein! Äh... Wir könnten ja theoretisch auch Schafe, also äh, das mit Schafen machen, oder nicht? Bringt's dann... Was bringt's denn bei den Schafen? Ich weiß gar nicht. Ja, dann produzieren die Wolle. Ich weiß aber nicht, was billiger ist. Wolle, oder...? Ja, aber Wolle produzieren sie da auch so, oder nicht? Hm, ja, aber nur sehr, 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 sehr langsam. Wir müssten halt gucken, was sich mehr lohnt. Moment, ich kann ja mal kurz gucken. Moment, Tiere. Genau, ähm, ne Kuh kostet nämlich 2000. Und außerdem 15 Euro pro Tag. Und ein Schaf kostet nur 200 und 1 Euro pro Tag. Ja, aber du weißt nicht, ob du dafür genauso viel kriegst. Hm, ja, aber ich meine, die Kühe, da geht erstmal ganz schön viel Geld drauf, um... Wie hast du jetzt Wachstum stehen? Äh, schnell. Also, es geht erstmal ganz schön viel Geld drauf, um dann überhaupt die Kühe zu kaufen. Und außerdem, äh, würde dann ja noch... Oha, ähm... Ja, dann machen wir erstmal nur bei den Schafen. Okay, dann kaufe ich jetzt mal hier das, das kostet aber 66.000. Dann haben wir kein Geld mehr für den Ladewagen. Ja, Ladewagen ist wichtiger. Oder... Ja, aber wenn wir kein Feld haben... Oder wenn wir kein Feld haben... Oder wenn wir kein Feld haben. ...wenn wir kein Feld haben. Ähm, bringt uns das ja recht wenig. Ich meine, wir könnten natürlich erstmal... Nur in den Rand rummähen. Äh, ja, aber ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Wir könnten... Ne, also was ich jetzt sagen wollte, wir könnten vorne erstmal... Das... Oh mein Gott. Ne, okay, ich... Äh, also ich erzähle erstmal weiter. Wir könnten ja erstmal... Vorne das Mähwerk anhängen und... Dann halt noch hinten den Ladewagen dran. Und damit dann mähen. Dauert zwar ein bisschen länger als so zu schwaden und das alles, aber wir würden halt... ...wieder Dingens kriegen. So, oder wollen wir... Hast du jetzt eigentlich noch einen Schwader gekauft? Nein. Ne, hab ich noch nicht. Oder wollen wir das Gras einfach verkaufen? Ich meine, wir können es ja theoretisch auch verkaufen. Ich weiß aber nicht, was es mehr bringt. Ich glaube, es ist besser, wenn wir es nur einen scharfen bringen. Okay. Naja, was sagst du? Was sagst du, ist lieber... Äh, ist... Soll ich lieber einen Ladewagen kaufen? Aber ich glaube, ein Feld ist wichtiger, oder? Ja, keine Ahnung, wir können ja... Oder wir holen. ...das kleine Feld bei uns kaufen. Hm. Dass wir ein Feld, was wir jetzt mit Raps besehen, mit Raps besehen. Okay, dass wir das 15 kaufen, Nummer 15. Ja. Das könnte man natürlich machen, da müssen wir halt jedes Mal nach... hier hinten fahren, aber das macht ja eigentlich auch nichts. Ja, das kann man ja dann irgendwann, wenn wir genug Geld haben, da hinten noch ein Feld kaufen. Und das umändern. Hm. Warte mal, ich stelle hier mal bei dem... Weil hier das Feld, das holen wir dann wahrscheinlich sowieso. Und das kann man dann auch rumackern, wenn wir uns irgendwann mal... irgendwann mal wieder einen Ackerflug kaufen wollen. Dann brauchen wir aber trotzdem einen Ladewagen. Dazwischen den Weg. Ja. Wie viel Geld hast du denn jetzt? Zurzeit 11.000. Aber es wird schon andauernd weniger, weil... ja... Unterhaltskosten. Wie viel? Elf... also 111.000. So. Und wie viel kostet das Feld? Das Feld kostet 24.000. Das kaufe ich jetzt einfach mal. Und jetzt habe ich nicht mehr genug für den Dingens. Scheiße. Können wir aber noch... Jetzt haben wir auch auf jeden Fall mal ein Feld. Das wir dann benutzen können, um... Ja, aber guck mal, das ist ja gar nicht mehr viel Geld. Nur irgendeine Kleinigkeit verkaufen.